Die 75. Deutsche Weinkönigin heißt Eva Brockmann. Die Krone geht nach Franken. Eva Brockmann ist die 75. Deutsche Weinkönigin, begleitet von Lea Buster und Jessica Himmelsbach. Ihr bekommt die Krone. Seid ihr in der Lage, die Krone anzunehmen? Aus den Händen der amtierenden Weinprinzessinnen und Weinköniginnen. Stellt euch in die Mitte nach vorne für die Fotografen. Eva, komm du in die Mitte. Katrin, große Freude. Und jetzt dürft ihr die Krone übergeben. Und die Prinzessinnen auch. Vielen Dank. Ihr dürft. Bitte schön. Eva Brockmann, herzlichen Glückwunsch. Die 75. Deutsche Weinkönigin. Was für ein schönes Bild. war ein schönes Bild. Untertitelung des ZDF, 2020